Hey, wir sind Erik und Annika. Wir haben uns ein Segelboot in Athen gekauft und dort möchten wir mit unserem Hab und Gut ab März leben. Jetzt müssen wir nur unser Hab und Gut auch dorthin bekommen. Und wie machen wir das? Erst wollten wir den ganzen Weg mit jemandem runterfahren, doch dieser müsste auch den ganzen Weg wieder zurückfahren. Hin und zurück ist die Strecke einfach zu weit, um genau zu sein, 5.150 Kilometer. Mit Spritgeld und Mautgebühren sind wir bei 1.175 Euro. Nun haben wir uns überlegt, unser Hab und Gut noch mehr zu reduzieren und Pakete zu versenden. Dann fliegen wir mit diesen Paketen einfach nach und hoffen, dass sie genauso heile ankommen wie wir.